Moin zusammen! In diesem Video möchte ich euch das Multimedia-System von Dacia zeigen, das Medianev Evolution. In meinem Fall hier im Dacia Docker. Das macht aber keinen Unterschied und ist in allen Modellen gleich. Ich werde euch jetzt einfach mal alle Funktionen von dem Gerät zeigen und auch über meine ersten Erfahrungen damit berichten. Fangen wir am besten mal direkt an. Das Gerät verfügt über einen Touchscreen und hat ansonsten hier oben einfach noch einen Ausschalter und den lauter leiser Button. Hier oben kann man ein USB-Gerät verbinden oder über Aux-In, also über so ein normales Klinke-Audiokabel, andere Musikgeräte anschließen. Wir befinden uns hier jetzt gerade im Hauptmenü. Da haben wir hier oben einen Dunkelbutton, der das Display ausschaltet. Das ist nachts ganz praktisch, damit man vom Gerät nicht andauernd geblendet wird. Insgesamt zur ganzen Menüführung würde ich einfach schon mal sagen, die ist ziemlich gut gelungen. Die ist einfach, die ist schlicht, ohne viel Schnickschnack. Man versteht eigentlich ziemlich gut, wo man draufdrücken muss und wie das alles funktioniert. Das ist gut gelungen, meiner Meinung nach. Fangen wir doch einfach mal mit der ersten Funktion an und das ist hier in dem Fall das Radio. Da haben wir hier jetzt neuerdings die Möglichkeit zwischen FM, also dem ganz normalen UKW-Radio, aber eben auch DAP auszuwählen, also Digital-Radio. Das heißt, Radio mit besserer Qualität, ohne Rauschen, was aber dafür ein kleines bisschen weniger flächendeckend ausgebaut ist, wie eben das gute alte UKW-Radio. So ist zumindest meine Erfahrung. Das hier ist jetzt der Dacia Docker, der schon die neue, etwas kürzere Antenne oben auf dem Dach hat. Der Radioempfang im UKW-Bereich ist damit super gut. Da kann ich mich absolut nicht beklagen. Im Digital-Radio hat man halt ab und zu auf der Autobahn mal Stellen, wo kein Empfang ist. Das liegt aber glaube ich eher daran, dass Digital-Radio einfach immer noch nicht so gut ausgebaut ist wie UKW. Und das hat, glaube ich, nichts mit der Empfangsleistung hier von dem Dacia Docker zu tun. So, ansonsten haben wir im Radio, wie auch in allen anderen Menüs hier unten, diese verschiedenen Tab-Reiter, über die wir navigieren können. Wir haben hier das Hauptmenü, wo wir eben einfach den aktuellen Sender sehen und eben auch hier den Sendersuchlauf quasi machen können und einfach zum nächsten Sender weiterschalten können. Wir haben hier die Liste. Da sehen wir quasi die komplette Senderliste einmal dargestellt. Die braucht gerade ein wenig, um aufgebaut zu werden. Kann ich euch hier besser bei DAP zeigen. Da hat man halt diese riesige Ausfall an Sendern, die eben typisch für Digital-Radio ist. Man kann die sich hier in der Liste auch einfach auswählen. Daneben haben wir dann eben noch die Voreinstellungen. Ganz klassisch das, was man früher meistens über so richtige Knöpfe auf dem Radio hatte. Das heißt, man kann sich hier direkt seine einprogrammierten Sender aussuchen. Und wenn man länger gedrückt hält, dann speichert man einen Sender auf einen Speicherplatz. Also sehr einfach gemacht. Und schlussendlich haben wir noch ein paar radiospezifische Optionen. Also zum Beispiel ganz klassisch können wir den Verkehrsfunk ein- und ausschalten und solche Geschichten. Sehr praktisch für das Radio und auch für die sonstige Mediennutzung ist dieses Bedienteil, was man hier hinterm Lenkrad immer direkt griffbereit hat. Da kann man nämlich auch einfach lauter und leiser machen mit diesen beiden Knöpfen hier. Man hat die Möglichkeit, hier oben die Audioquelle umzuschalten. Das heißt, man kann zwischen FM-Radio, Digitalradio oder eben auch sonstigen Medienquellen einfach umschalten. Und hinten an dem Bedienteil, das sieht man jetzt nicht, ist so ein kleines Rädchen, das man drehen kann, um eben auch einfach den Sender durchzuschalten. Wenn ich daran drehe, sehen wir, dass wir da unten den Sender wechseln, ganz ohne, dass wir den Touchscreen bedienen müssen. Womit wir dann auch schon beim zweiten Menüpunkt sind, den Medien. Darüber läuft dann eben zum Beispiel die Wiedergabe über Bluetooth, so wie es jetzt in meinem Fall hier auch ist. Mein Handy ist über Bluetooth verbunden und ich kann davon Musik abspielen. Ansonsten hätte man ja auch noch die Möglichkeit, eben ein USB-Gerät anzuschließen oder über AUX einfach über Klinke ein beliebiges Gerät anzuschließen oder irgendwie ein iPod würde auch noch funktionieren. Ich habe bisher nur Bluetooth benutzt. Das ist heutzutage, glaube ich, auch das Gebräuchlichste, was die meisten machen. Das funktioniert sehr, sehr gut hier im Docker. Die Bluetooth-Verbindung von meinem Handy ist immer sofort da, wenn ich einsteige und losfahre. Da habe ich überhaupt noch keine Probleme mit gehabt und das funktioniert auch einwandfrei. In meinem Fall höre ich hier zum Beispiel einfach Musik über Spotify. Das funktioniert ganz problemlos. Man könnte aber auch Musik, die auf dem Handy ist, quasi direkt abspielen. Alles kein Problem. Der Player hier selbst erklärend, nächster Titel, Play, Pause. Wie man das so kennt, die Liste, die würde es nur geben, wenn man jetzt zum Beispiel ein USB-Gerät angeschlossen hätte. Dann hätte man da die Dateiliste quasi, die Songs, die man da drauf hat. Gibt es jetzt hier bei Spotify oder bei der Bluetooth-Wiedergabe natürlich nicht. Und in den Optionen hat man dann noch zum Beispiel die Möglichkeit, Shuffle, also die Zufalls-Wiedergabe zu aktivieren. Da habe ich allerdings festgestellt, das funktioniert in meinem Fall auch nicht. Ich vermute, das liegt jetzt an Spotify. Vielleicht würde es funktionieren, wenn man Musik direkt vom Handy abspielen würde. Bin ich mir nicht sicher. Kann man aber ja im Zweifelsfall auf dem Handy auch einfach aktiviert lassen. Dann ist Shuffle eh immer aktiv. Ein kurzes Wort zu den Lautsprechern, die hier verbaut sind. Die sind für meine Ansprüche absolut gut. Wir haben hier vorne zwei Lautsprecher ganz normal im Fußraum und hinten im Kofferraum sind auch zwei Lautsprecher. Die hinteren sind wohl nicht so berauschend. Von denen hört man, wenn man hier vorne sitzt. Allerdings auch echt überhaupt nichts. Man hört quasi nur die vorderen Lautsprecher. Aber die sind gut. Ich habe da auch keine besonderen Ansprüche, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber für mich reicht das absolut. Gute Soundqualität. Okay, wir sind ja jetzt hier über Bluetooth mit dem Handy verbunden. Dann wechseln wir direkt mal zur nächsten Funktion, die wir hier haben. Und das ist eben die Telefonfunktion. Funktioniert logischerweise, wenn man eben ein Handy per Bluetooth verbunden hat. Und dann kann man hierüber Anrufe tätigen. Hier in dem Fall ganz normal über das Wählfeld. Man könnte auch auf das Telefonbuch und die Anrufliste vom Handy zugreifen. Da drücke ich jetzt mal nicht drauf, damit ihr meine ganzen Kontakte nicht sehen könnt. Im Video funktioniert aber einwandfrei und problemlos. Wir haben darüber dann natürlich auch die Möglichkeit, wenn jemand anruft, den Anruf anzunehmen. Entweder über das Display oder eben auch wieder hier über dieses praktische Bedienteil hinter dem Lenkrad. Da haben wir hier oben diesen Knopf, der dafür gedacht ist, Anrufe anzunehmen und auch wieder zu beenden. Funktioniert auch alles sehr gut. Habe ich noch keine Probleme mit gehabt. Auch die Freisprecheinrichtung, die hier drin ist, funktioniert super. Man versteht die, die einen anrufen, sowieso ziemlich gut. Und so wie es von den Leuten, mit denen ich hieraus telefoniert habe, bisher gehört habe, ist wohl auch die Sprachqualität in die andere Richtung. Okay, das heißt, ja, man versteht mich. Dann schauen wir uns als nächstes mal die Navigationsfunktionen an. Da haben wir hier zwei Menüpunkte, die dazugehören. Mit der Karte können wir, ja, logischerweise uns die Karte angucken und über Navi kommen wir dann zu den entsprechenden Einstellungen, um zum Beispiel ein Ziel festzulegen. Da haben wir jetzt hier die Möglichkeit, ja, so wie es bei jedem Navi ist, eine Adresse einzugeben, nach Sonderzielen zu suchen beispielsweise. Hier benutzerdefinierte Suche kann man dann machen in einer Stadt und kann dann nach verschiedenen Dingen suchen. Das funktioniert natürlich nicht so gut, wie es jetzt irgendwie bei Google Maps oder so ist. Es funktioniert halt so, wie es bei jedem stationären Navi mehr oder weniger ist. Also größere Sachen wie ein Flughafen oder so, der ist da halt drin, aber irgendwelche kleineren Sachen, die findet man damit im Zweifelsfall ganz einfach nicht. Letzte Ziele, Favoriten, das ist, denke ich, alles selbsterklärend, so wie es bei jedem Navi funktioniert. Wir können jetzt hier in dem Fall einfach mal eine Adresse kurz eingeben und wir wollen jetzt meinetwegen mal nach Düsseldorf fahren, in die Ortsmitte hinein, drücken auf OK. Dann zeigt er uns direkt auf der Karte das Ziel an, das wir gerade ausgesucht haben. Und ja, mit einem Klick auf OK können wir dann eben ganz einfach die Zielführung starten. Das Berechnen der Router hat, man hat es gerade gesehen, funktioniert sehr schnell. Auch bei längeren Routen funktioniert das sehr schnell. Hier hätte man jetzt eben noch die Möglichkeit, diese typischen Routeneinstellungen vorzunehmen und ja, über OK können wir dann die Zielführung starten. Und damit landen wir dann eben auch schon hier in der Navigationsansicht. Das heißt, hier auf der rechten Seite hat man immer die Anweisung, was man quasi als nächstes tun soll. In dem Fall soll ich jetzt gleich rechts abbiegen, nachdem ich hier von dem Parkplatz runtergefahren bin. Hier sieht man dann, wie lange man noch unterwegs sein wird, wie viele Kilometer noch zurückzulegen sind. Wenn man da drauf drückt, kann man sich die Gesamtroute nochmal anzeigen lassen. Das ist alles wirklich einfach gemacht. Das ist jetzt vielleicht alles hier nicht die mega schönste Darstellung, die ich je gesehen habe, aber das ist alles einfach gehalten. Man findet sich da gut drauf zurecht und kommt da gut mit klar. Ansonsten hat man hier in der Kartendarstellung halt noch die Möglichkeit, hier über so eine Schnellfunktionen mal eben in die aktuelle Wiedergabe reinzuspringen, also in die Medien oder in das Radio, wenn man gerade Radio hört. Das ist ganz praktisch. Hat über die Optionen hier die Möglichkeit, auch nochmal wieder diese Routeneinstellungen zum Beispiel im Nachhinein zu erreichen. Und hier oben hat man so ein paar Schnelleinstellungen zur Anzeige, kann also quasi zwischen 2D und 3D Ansicht umschalten. Auch alles nichts weltbewegendes. Hier über diesen Knopf kann man sich die aktuellen Verkehrsmeldungen auf der Route angucken. Das ist ziemlich unübersichtlich, dieses Menü. Das kann man während der Fahrt quasi nicht benutzen, weil man überhaupt nicht erkennt, was einem das jetzt so auf den ersten Blick sagen soll. Geht mir zumindest so. Ja, als Beifahrer kann man sich da vielleicht mal was drin angucken. Aber die Verkehrsinformationen von diesen stationären Navis, die keine Internetverbindung haben, sind ja sowieso eher so mittelprächtig. Das sind halt diese typischen Radioverkehrsdaten, die diese Navis eben zugesendet kriegen. Also TMC, man sieht es da oben. Und ja, die sind natürlich nicht ansatzweise so gut wie beispielsweise die von Google Maps, die halt einfach über ganz viele Daten verfügen und über Internet verfügen. Ja, aber das ist bei allen stationären Navis gleich. Ansonsten bin ich mit dem Navi hier drin, aber überraschenderweise ziemlich zufrieden. Ich muss sagen, auf den ersten Blick, als ich das das erste Mal angemacht habe, fand ich es gar nicht mal so schön. Ich fand die Oberfläche nicht so schön. Ich habe mich auch erst nicht so gut während der Fahrt zumindest, wenn man immer nur kurz drauf guckt, darauf zurecht gefunden. Ich habe vorher jahrelang immer Google Maps benutzt und bin damit sehr gut klargekommen und bin auch sehr begeistert gewesen und immer noch begeistert von Google Maps, gerade wenn man bedenkt, dass das eine kostenlose Möglichkeit ist. Aber ich habe mich da ziemlich schnell dran gewöhnt und navigiere mittlerweile deutlich lieber mit dem Navi hier als mit Google Maps. Im Endeffekt ist die Anzeige, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, wirklich klar und eindeutig. Du hast halt hier immer die Angabe, was du als nächstes machen sollst. Die Karte ist auch schön schlicht gehalten und man sieht darauf wirklich gut, wo man langfahren soll und auch auf den ersten Blick direkt. Und auch die Ansagen von dem Navi sind ziemlich gut. Wir sind mittlerweile so ungefähr, ich würde sagen 5000 Kilometer mit dem Navi gefahren. Wir waren halt schon zweimal auch wirklich längere Strecken im Urlaub mit dem Auto und sind da permanent mit Navi gefahren. Wir hatten es dabei zweimal bisher, dass die Ansagen ein bisschen unpräzise waren und wir uns tatsächlich verfahren haben. Das waren dann immer so Autobahnsituationen, Autobahnkreuz, wo du dann ja immer so diese schnelle Abfolge von rechts halten, links halten und so hast. Da waren die Ansagen nicht ganz präzise und wir waren dann plötzlich auf der falschen Spur. Ist glaube ich zweimal passiert. Wie gesagt, auf ungefähr 5000 Kilometern ist, denke ich, eine ziemlich gute Quote. Ansonsten sind die Ansagen gut unverständlich. Nur nächste Links. Da ist die Aussprache echt komisch und wir müssen jedes Mal lachen, wenn wir das hören. Die nächste Links. Aber ansonsten kann man mit dem Navi hier wirklich sehr gut arbeiten. Das funktioniert sehr gut. Benutze ich sehr gerne. Ja, bleibt zu guter Letzt noch das Einstellungsmenü. Das ist auch wirklich einfach gehalten, ohne Schnickschnack, ohne irgendwelche komplizierten Menüs. Ist wirklich alles sehr direkt und einfach zu bedienen, finde ich zumindest. Ja, ist halt ein Einstellungsmenü. Ist jetzt auch nicht mega aufregend. Lautstärke pro Speed. Da hat man sogar die Funktionen hier drin, dass wenn das Auto schneller fährt, die Lautstärke sich erhöht, damit man zum Beispiel auf der Autobahn nicht immer manuell lauter machen muss. Ist eine coole Funktion. Ist ja, haben ja die meisten Autos heutzutage, ist hier auch mit vorhanden. Und dann hat man eben hier die Möglichkeit, einzustellen, ob der Sound eher von hinten, von vorne kommen soll und die Bässe und so. Das Übliche, was man halt so einstellen kann. Bei Anzeige haben wir die Möglichkeit, Kartenmodus Tag-Nacht-Ansicht oder automatisch. Macht, denke ich, Sinn, das auf automatisch zu lassen. Und wir können die Helligkeit vom Display regeln. Das ist tatsächlich ein bisschen unschön hier an dem Gerät, dass das nicht automatisch funktioniert. Tagsüber muss man es eigentlich auf hell einstellen, um es wirklich gut ablesen zu können. Und nachts wird man dann, gerade wenn man irgendwie in der Radioansicht oder so ist, extrem geblendet von dem Display. Hatte ich euch ja vorhin schon gezeigt. Dafür gibt es halt hier diesen Dunkelknopf. Dann kann man das Display ausschalten. Das will man aber eigentlich auch nicht immer machen. Wäre einfach schön, wenn sich das Gerät nachts automatisch dunkler schalten würde. Aber das funktioniert leider nicht. Ist aber auch nicht so dramatisch. Bei Verbindungen, die ganzen Connectivity-Geschichten, die man so kennt. Liste der Smartphones anzeigen. Das sind die Smartphones, die über Android Auto schon mal verbunden waren. Da werde ich gleich noch was zu sagen. Liste der Bluetooth-Geräte. Das sind dann halt quasi die Smartphones oder sonstigen Geräte, die man per Bluetooth für die Medienwiedergabe und für die Freisprecheinrichtung verbunden hat. Könnte man hier dann auch wieder aus der Liste rausschmeißen. Bluetooth-Geräte suchen. Darüber könnte man halt ein neues Gerät hinzufügen. Auch alles ganz klassisch. Und unter System sind halt so ein paar klassische normale Systemeinstellungen, die man sonst halt auch hat. Irgendwie Datum, Uhrzeit. Solche Geschichten. Eine weitere coole Funktion, die dieses Gerät hier noch bietet, ist die Integration von Android Auto oder Apple CarPlay. Wer davon noch nichts gehört hat, das funktioniert so, indem man über die USB-Buchse seinen Smartphone wirklich klassisch per USB mit dem Gerät verbindet, sich eine entsprechende App auf dem Smartphone installiert. Und dann arbeitet dieses Gerät hier quasi nur noch als Display für das Smartphone. Das heißt, dann kriegt man eine fürs Autofahren angepasste Smartphone-Oberfläche hier drauf angezeigt, die eben auch vom Smartphone berechnet und angezeigt wird. Und die Funktionen, die man darüber bedienen kann, kommen eben auch direkt vom Handy. Da will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Da werde ich höchstwahrscheinlich nochmal ein extra Video zu machen, weil es eigentlich ein ziemlich interessantes Thema auch ist. Der größte Vorteil, den ich darin sehe, ist, dass man sehr zukunftssicher unterwegs ist. Das heißt, selbst wenn dieses Gerät, und das ist ja bei diesen stationären Navis irgendwann so, vielleicht in fünf Jahren ist das nicht mehr auf dem Stand der Technik. Keine Ahnung, weiß man ja nicht. Oder die Kartenmaterialien sind einfach in fünf Jahren so veraltet, dass man sie nicht mehr benutzen möchte. Wie auch immer, dann kann man höchstwahrscheinlich immer noch auf Android Auto oder eben Apple CarPlay ausweichen, kann einfach sein Handy daran anschließen und ist trotzdem noch wieder auf dem neuesten Stand und kann mit moderner Technik hier agieren und zum Beispiel auch die aktuellen Google Maps Karten zum Navigieren benutzen, wenn das Navi hier dann einfach irgendwann veraltet sein sollte und man keine Updates kaufen möchte. Ist eine coole Funktion. Werde ich, wie gesagt, nochmal ein extra Video zu machen. Noch kurz ein paar Sätze zu dem Display hier an sich, das hier verbaut ist. Das ist ja optisch, wenn man da so drauf guckt, ist jetzt nicht das hochwertigste Display, das es gibt. Also gerade wenn man jetzt supermoderne Smartphone Displays gewöhnt ist, die extrem hochauflösend sind und extrem knallige Farben oder so haben, das hat das Gerät hier natürlich nicht. Aber das braucht man halt auch einfach nicht und das ist funktional gehalten. Das ist ein gut ablesen. Es ist hell. Man kann alles problemlos erkennen und das funktioniert gut. Die Touch-Eingaben funktionieren auch perfekt. Also gar kein Problem, wenn man hier drauf rumtatscht. Die Erkennung funktioniert einwandfrei. Was so ein kleines bisschen hakelig sich anfühlt ist, wenn man hier so auf der Karte rum scrollt oder die hin und her schiebt zum Beispiel. Das ist irgendwie jetzt bei Google Maps oder so zum Beispiel fühlt sich das flüssiger an. Das ist aber auch überhaupt kein Problem. Man hat jetzt hier auch nicht die Möglichkeit, so mit so einer Zusammenschiebgeste die Karte raus zu zoomen, wie man das vielleicht gewöhnt ist, sondern das funktioniert halt hier nur über minus plus. Ist aber auch überhaupt kein Problem. Kann man komplett mit leben. Also wie gesagt, sehr funktional, funktioniert einwandfrei. Man erkennt alles sehr gut, ist aber vielleicht nicht das allerschönste Display, das es gibt. Aber das braucht man im Auto denke ich auch nicht. Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass ich mit dem Multimedia System hier im Dacia sehr zufrieden bin. Alle Funktionen, die ich brauche, sind da. Die Funktionen, die sind alle solide umgesetzt. Das funktioniert alles einwandfrei. Man findet sich gut zurecht. Also ich habe da absolut nichts zu meckern. Ich würde es definitiv weiterempfehlen. Je nachdem, was man für einen Dacia kauft und welche Ausstattungsvariante hat man es ja teilweise eh schon kostenlos mit dabei. Und ansonsten sind die Aufpreise, glaube ich, in der Regel auch gar nicht so groß. Also ich würde da definitiv empfehlen, drüber nachzudenken. Ich denke, man macht nichts falsch, wenn man das mit dazu kauft. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch das Video hier gefallen und vielleicht auch ein bisschen weitergeholfen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen rauf gebt, wenn es euch gefallen hat oder vielleicht sogar einen kleinen Kommentar schreibt. Und wenn ihr keine Videos in Zukunft mehr verpassen wollt, dann lasst mir doch auch gerne ein Abo da. Und bis zum nächsten Video. Ciao!